Hallo, ich hab's schon gewartet. Hallo Leute! Willkommen in Bärchens Rastelstube. Ich habe hier heute was ganz besonderes vor. Und zwar habe ich alles schon vorbereitet. Hier seht ihr so ein Holzleim. Dann eine Plastikflasche. Dann ein paar Eisstiele. Vier Stück. Dann so eine Plastikdecke, die hinkt von so einer Getränkeflasche. Und so ein Blumenbindedraht. Also diese Sachen. Und wisst ihr, was ich daraus basteln werde? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das wird. Also diese Eisstiele hier. Die muss man alle so übereinander zusammenkleben. Die werden alle einzeln. Immer so. Die liegen jetzt hier so. Die werden alle zusammengeklebt, dass es ein Haufen ist. So wie diese. Und dann werden sie in der Mitte durchgesägt. Dass man zwei Hälften hat. Und jetzt werde ich euch zeigen, was ich daraus gebastelt habe. Ganz tolle Sache. Und zwar. Da. Das ist ein kleiner Roboter. Ich drehe den mal um. Also so sieht der von vorne aus. Der ist ja noch nicht ganz fertig. Da muss ja noch das Gesicht, der Mund. Der muss ja noch fertig gemacht werden. Aber ansonsten. Den kann man so bewegen. Die Arme kann man bewegen. Und das wird ein Roboter. Hier welches Filmstudio. Da unten sind die Eistühle. Ich zeig das mal. Hier. Das sind die Eistühle. Die sind da so befestigt. Und dadurch kann man die Beine so einzeln bewegen. Und die Arme. Die sind hier. Und die Arme. Die sind hier mit so einem Blumenbindedraht festgemacht. Das kann man auch biegen. und die sind hier ein. Da bin ich ja gespannt. Wenn das Ding mal. Richtig fertig ist. Und wir benutzen dann diese. Kleine Figur. Fürs Filmstudio. Der kann ja so richtig laufen und so und die Arme bewegen, na da bin ich ja gespannt auf das Video. Also Leute, der bewegt sich ja. 2, 5, 7, 2 Also das war ja jetzt ein Ding. Habt ihr das gesehen? Der hat sich ja schon bewegt. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Tja Leute, dann dürfte er kein Video verpassen. Dann freue ich mich ja schon auf den nächsten Teil mit dem kleinen Roboter hier. Also, schön dranbleiben immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Get hit! Get hit! Get hit! Yes. 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 Nein, los. Aber den krieg ich noch. Ach. Hä? Nein. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Hi. oh Yes Untertitelung des ZDF, 2020